Herzlich Willkommen zum ROCKCAST. Dein Podcast für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben. Mit deinem Gastgeber Crystal Rock, dem stärksten Bio-Arbeitslieferanten und Gründer von ROCKSPORTS. Herzlich Willkommen, eine neue Folge von ROCKTV. Willst du werden? Gescheit und schlau schaust du regelmäßig ROCKTV. Wir kümmern uns heute um ein Mindset-Thema, aber auf biologischer Ebene sozusagen. Extrem spannend. Ich möchte dir in den nächsten paar Minuten die sogenannte hebsche Regel vorstellen. Wenn du die kennst und du die für den Alltag einsetzt, dann wird das Leben für dich leichter werden. Wenn wir Menschen Verhaltensänderungen herbeiführen möchten, beispielsweise wir wollen abnehmen, wir wollen einen gesünderen Lebensstil nachgehen, wir wollen mehr Sport machen, wir wollen uns gesünder ernähren. All diese Punkte haben etwas mit einer Verhaltensänderung zu tun und somit mit einer Veränderung unserer Routinen. So und Routinen kann man auf zwei Arten vereinfacht gesagt verändern. Variante 1, die meistens im gesundheitlichen Aspekt negativ ist, ist hochimpunktionales Erlebnis. Beispielsweise du hast einen Herzinfarkt aufgrund deines suboptimalen Ernährungsstils und deines suboptimalen Lebensstils. So, das wird dann wahrscheinlich dazu führen, dieses Ereignis, dass du dich veränderst und vielleicht dich gesünder ernährst, mehr Bewegung machst. Kann eine Möglichkeit sein. Die zweite Variante, Routinen zu verändern, ist über viele kleine Wiederholungen. Wiederholung für Wiederholung für Wiederholung, bis sich das Ganze eingearbeitet hat. Wie beim Zähneputzen morgens. Das ist eine Routine, die sich über Jahre, Jahrzehnte eingearbeitet hat. Und je länger eine Routine eingearbeitet ist, desto weniger Energie brauchst du, um sie am Laufen zu halten bzw. sie zu starten. Das hat Vorteile und Nachteile. Routinen können positiv sein, Routinen können aber auch negativ sein. So, und wir schauen uns jetzt an, was auf biologischer Ebene dahinter passiert, wie wir lernen und wenn du das gut verstehst und auch in den Alltag übersetzen kannst, sprich für dich in die Praxis umsetzen kannst, dann kannst du Routinen einfacher umsetzen. Denn wenn du weißt, wie unser menschliches Hirn lernt, dann kannst du dir das zunutze machen und bewusst dieses Prinzip umsetzen. So, und wenn du dich jetzt fragst, wer ist denn dieser unglaublich hübscher und muskulöse Herr dahinter der Kamera? Scherz. Mein Name ist Chris The Rock, falls du zum ersten Mal mit dabei bist, ich bin Gründer und Inhaber von Rocksports und wir entwickeln und produzieren die feinste Sportnahrung in 100% Bio-Qualität, aber noch vieles, vieles mehr. Rock Kitchen, Bio-Gewürze, T-Rock-Biotees, feinste Bio-Qualität, aber auch hier noch vieles mehr. Du findest alles unter rock-sports.at und das ist keine Werbeveranstaltung, sondern eine Wissensveranstaltung. Meine Mission ist es, Menschen für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben zu begeistern. Meine persönliche Begeisterung für die Weiterentwicklung, die möchte ich dir weitergeben. Unter anderem, so wie hier in den feinen RockTV-Folgen, wo ich eure Themen, wo ich merke, die helfen euch weiter, da gibt es Probleme, da gibt es Herausforderungen, verfilme und da steckt relativ viel Arbeit immer dahinter, auch wenn es möglichst einfach immer symbolisiert ist. Mir ist es wichtig, dass du einen Mehrwert davon hast und wenn das der Fall ist, teilt diese Folge mit Menschen, denen sie auch weiterhelfen kann. Lass uns ein Abo da auf YouTube, lass uns eine Bewertung auf dem Podcast-Kanal deiner, ja, deines Vertrauens da, wie auch immer. Lass uns ein Feedback da, hilf uns diese Inhalte weiter zu verbreiten. Das würde mir sehr, sehr viel bedeuten. Und das wäre ein kleiner, ein Dankeschön, sharing is caring, dass du sagst, hey cool, die Inhalte gefällt mir, Dankeschön. So, aber jetzt steigen wir direkt ins Thema ein. Wenn du nur unter Anführungszeichen im Podcast dabei bist, dann versäumst du jetzt eine unglaublich schöne Grafik. Ich kann dir empfehlen, auf alle Fälle die YouTube-Folge anzusehen und siehst du dieses unglaublich hübsche Gemälde. Und zwar habe ich dir hier ein Neuron aufgezeichnet, eine Nervenzelle, die bei uns irgendwo im Hirn ist. Hoffentlich hast du mehr wie eine Zelle. Na, Scherz, wir haben bei uns im Hirn viele, 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 viele Zellen davon und das ist eine schematische Darstellung einer dieser Neuronen, dieser Nervenzellen. So, und um das Prinzip des Lernens zu verstehen, müssen wir uns das eben auf dieser Granularität anschauen. Die Heppsche Regel, die ich eingangs erwähnt habe, geht zurück auf einen Herrn, der heißt Ronald Hepp, das war ein Psychologe und ich glaube, der hat Ende der 40er Jahre, müsste das gewesen sein, eine Veröffentlichung gestartet oder veröffentlicht, die einen Satz beinhaltet, den du vielleicht schon einmal gehört hast. Sinngemäß, neurons that fire together, wire together. Das heißt, Neuronen, die miteinander feuern, die verbinden sich. Oder du hast vielleicht auch schon einmal das Sprichwort gehört, naja, da schalten sich die Synapsen zusammen. All diese Dinge gehen genau in die gleiche Richtung. Und die erklären diese Heppsche Regel, beziehungsweise wie wir Menschen lernen. So, zurück zu diesem richtig feinen Neuron, zu dieser Nervenzelle. Wir steigen da gar nicht ins Detail ein, weil es das gar nicht braucht, aber das Grundverständnis ist wichtig. Wir haben hier diesen schwarzen Punkt, das ist sozusagen die Nervenzelle. So, dann gibt es die sogenannten Dendriten, das sind diese Verästelungen, es gibt ein Axon und so weiter, das ist egal. Das, was wichtig ist, ist, dass in den Auswürfen, beziehungsweise in den Enden des Axons sind die sogenannten Synapsenknöpfchen. Die sind so kleine, schauen aus wie kleine Glocken. Und diese Synapsen stellen im Grunde die Schnittstelle zu anderen Neuronen dar. Da gibt es dann den Synapsenspalt und so weiter, das wäre wieder eine eigene Rock-TV-Folge. Auf alle Fälle, mit diesen Synapsenknöpfchen verbinden sich Neuronen. So, und jetzt sind wir genau da, was der Hepp gesagt hat. Neuronen, die miteinander feuern, die verbinden sich. Und wir haben hier blau symbolisiert Synapsen anderer Neuronen. So, und jetzt ist es im Grunde ganz einfach. Neuronen, die miteinander feuern, das heißt, die miteinander aktiviert werden, vereinfacht gesagt, die verbinden sich. Und je stärker die verbunden sind, desto stärker ist sozusagen die Routine, desto einfacher können die miteinander arbeiten. So, und genau das sind Routinen. Das kann zum Beispiel sein, wenn du eine sportliche Aktivität das erste Mal machst. Wenn du zum Beispiel lernst, Einrad zu fahren oder ich liebe beispielsweise Seilspringen, gibt es spannenderweise bei uns im Rockspot-Shop richtig feine Profispringseile. Ist bei mir bei jedem Warm-Up mit dabei. Und wenn du zum ersten Mal Seilspringst, wirst du merken, boah, das ist ja unpackbar, das werde ich niemals lernen. Und von Mal zu Mal, wenn du es regelmäßig probierst, wird es leichter funktionieren. Die Neuronen schalten sich sukzessive zueinander, bis das funktioniert. Überleg zurück, als du damals Radfahren gelernt hast. Das erste Mal mit Stützrädern vielleicht. So, und jetzt steigst du auf, auch wenn du mal ein halbes Jahr nicht mit dem Rad gefahren bist. Du stehst auf und das Ding funktioniert. Also du kannst unterbewusst sozusagen, unbewusst Radfahren. Warum? Weil dieses Muster sich irgendwann einmal etabliert hat und diese Neuronen zusammenarbeiten. Genau das ist das Grundprinzip. Ich habe dir vorhin diese zwei Wege, wie man Routinen bilden kann, gezeigt. Und das ist genau der zweite Weg. Wiederholung für Wiederholung für Wiederholung. Das heißt, schauen, dass Neuronen regelmäßig zusammenfeuern. Das heißt, wenn du etwas lernen möchtest oder wenn du eine neue Routine etablieren möchtest, dann musst du es immer und immer und immer und immer und immer wieder tun, sodass die Neuronen diese neue Tätigkeit miteinander machen. Die müssen sich sukzessive miteinander verbinden. Ich habe da noch eine Analogie für dich, die ich persönlich extrem cool finde. Nehmen wir mal an, wir zwei sind Stranden auf einer einsamen Insel, irgendwo in der Nähe von Hawaii. Dort ist es richtig fein, warm und schön. So, und diese Insel, da sind nur wir zwei drauf. Und wir wissen, okay, direkt am Inselkern, in der Mitte der Insel, dürfte, da ist ein Handy oder eine Telefonzelle und mit dieser Telefonzelle können wir uns Hilfe rufen, dass uns irgendjemand von dieser Insel holt. Das heißt, wir müssen auf die, oder zur Mitte der Insel, verzeih mir bitte dieses super tolle Beispiel, auf alle Fälle, auf dieser Insel, stell dir vor, ist unglaublich viel Gehölz, Wald, was auch immer. Das heißt, wenn wir das erste Mal vom Strand zur Insel Mitte gehen, dann ist es sehr, sehr beschwerlich. Wir müssen relativ viel Gehölz auf die Seite räumen, wir müssen uns mit der Machete den Weg freischlagen, bis wir dann schlussendlich noch drei Stunden irgendwann einmal bei der Insel Mitte sind und uns mit der Telefonzelle Hilfe rufen können. So, und wenn es dann heißt, okay, na, die Hilfe, die braucht noch ein paar Wochen, ihr müsst noch ein paar Wochen dort verbleiben, dann stell dir vor, dass jedes Mal, wenn wir wieder zur Mitte der Insel gehen, fällt uns das leichter, weil der Weg, den wir beim ersten Mal mühevoll ausgeholzt haben, bei jedes Mal durchgehen weiter wird. Das heißt, wir müssen uns bei jedes Mal gehen weniger anstrengen, weil irgendwann wird aus diesem ganz schmalen Weg ein weiterer Weg und irgendwann vielleicht ein kleiner Feldweg, weil wir immer wieder drüber gehen. Wir schalten immer wieder sozusagen Neuronen zusammen. Und diesen Feldweg, der von Mal zu Mal größer und ausgetretener wird, so ähnlich kann man sich das Thema mit den Neuronen vorstellen. Je öfter wir eine Tätigkeit machen, desto einfacher geht sie von der Hand. Je öfter wir in Richtung Inselmittelpunkt gehen, desto einfacher fällt es uns, weil der Weg immer einfacher zu gehen ist. Finde ich eine sehr, sehr coole Analogie, die einfach zeigt, wie das Ganze funktioniert. So, das heißt, wenn du Routinen etablieren willst, dann, Überraschung, musst du viele, 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 viele Mal das tun. Und wenn du noch ein zweites Mal aufgibst und sagst, boah, das wird sicher nie was und glaub mir, das hat mich damals gedacht, als ich das Seilspringen gelernt habe, das wird nie was, das, boah, wie stell mich ich da bitte an, das kann niemals irgendwas werden. Bleib einfach dran, bleib dran, bleib dran, bleib dran. Schau jetzt mal auf meinen, in den Instagram-Stories vorbei, dann siehst du, dass das Springen ganz gut funktioniert. Und wenn ich das kann, dann kannst du das schon lange. So, und in diesem Zusammenhang möchte ich dir noch ein kleines zweites Konzept mitgeben. Und zwar schauen wir uns die sogenannte Gewohnheitsgrenze an. Es gibt auf dem RockTV-Kanal, hätte ich schon gesagt, auf dem Rocksports-YouTube-Kanal oder einem Podcast auch schon einige Folgen zum Thema Routinen. Wie gesagt, du findest auch in meinem Buch konkrete Anleitung, bis du Routinen etablieren kannst. Und da sprechen wir auch teilweise über diese Gewohnheitsgrenze, beziehungsweise wie lange es dauert, bis eine Routine tatsächlich eine Routine ist und das leichter von der Hand geht. Wir wissen ja alle, wenn man die Ernährung umstellt, ein, zwei Wochen hält man mal durch, aber dann wird es schon richtig hart. Wie lang dauert es, bis jetzt diese neue Routine leicht von der Hand geht. Und da spricht man, wie gesagt, von dieser Gewohnheitsgrenze. Wir haben bei diesem schönen Diagramm hier auf der X-Achse T-Temper wie die Zeit und wir haben auf der Y-Achse, ich habe jetzt hier mal hergeschrieben, die Automatisierung. Das heißt, wie automatisiert geht die Routine von der Hand. Und dann haben wir so eine schöne Kurve. So, und irgendwann durchschreitet diese Kurve diese rot strichlierte Linie. Und das ist die sogenannte Gewohnheitsgrenze. Das heißt, ab dieser Linie wird der Vorgang immer leichter. Darunter, boah, da muss man schon richtig Disziplin investieren, dass man trotzdem weitermacht. Jetzt mache ich schon die vierte Trainingseinheit, Springseil und noch immer, boah, schaffe ich es nicht. Sukzessive dranbleiben und es wird besser. Und irgendwann wirst du diese Gewohnheitsgrenze durchschreiten und plötzlich, boah, funktioniert es. Die Automatisierung im Kopf, die ist plötzlich da und ich kann, ohne großartig nachzudenken, plötzlich Seilspringen. Das heißt, die entsprechenden Neuronen haben sich über die Synapsen zusammengeschaltet. Die haben miteinander gefeuert und sich dementsprechend dann verbunden. Und das zeigt auch hier ganz gut, es gibt eine schöne Studie, die da immer wieder zitiert wird und die mir ganz gut gefällt, weil es einfach eine konkrete Zahl ist. Und diese Studie besagt, kann ich dir gerne schicken, wenn du sie haben möchtest, melde dich gerne, wir schicken es dir durch. Sagt, dass ca. 66 Tage es dauert, bis eine neue Routine etabliert ist. 66 Tage nach Adam Ries, das sind mehr wie zwei Monate, das ist richtig lang, dass man zwei Monate eine Aktivität durchführt. Es gibt natürlich eine entsprechende Bandbreite von dieser Untersuchung, aber ist jetzt egal, es geht um die Grundaussage. Das heißt, es dauert schon eine Zeit, bis sich die neue Routine etabliert. Und bis das eben genau diese Gewohnheitsgrenze überschritten ist und das Ganze von Haus aus, wie man in Österreich so schön sagt, funktioniert. Das heißt, am Ende des Tages, wenn du neue Routinen etablieren möchtest, dann sei dir dessen bewusst, dass das auf der einen Seite über hochemotionale Erlebnisse geht, wie ich es eingangs erwähnt habe. Die sind oftmals leider nicht positiv, wenn es im gesundheitlichen Aspekt ist. Und das Zweite ist, das ist der einfachere Weg, den du tatsächlich auch steuern kannst, ist, dass du über Wiederholungen, Wiederholungen, Wiederholungen zu der gewünschten Routine findest. Je öfter du das machst, desto besser wirst du das können. Gibt es auch die 10.000 Stunden Regel, wo man sagt, wenn du 10.000 Stunden etwas machst, bist du der Profi. Das zeigt im Grunde genau das, was wir gerade durchgegangen sind. Schau, dass die Neuronen miteinander feuern, die miteinander feuern sollen. Und je öfter sie das tun, desto leichter wird dir das Ganze fallen. Und genau das, alles, was wir jetzt besprochen haben, ist die sogenannte häbsche Regel. Ja, und ich finde es richtig, richtig cool. Am Ende des Tages, das Grundkonzept kennen wir wahrscheinlich alle, ja, man muss was oft machen, damit wir es verstehen. Aber wenn du eben siehst, okay, auf Nervenzellenebene in unseren Hirn funktioniert es so, dann wird es noch einmal eindeutig, dann wissen wir, was wir zu tun haben. Genau das wünsche ich dir. Wenn du sagst, hey, das hört sich geil an, das ist spannend, hol dir unbedingt dieses Buch. Eine Anleitung fürs Leben ist unten verlinkt in den Show Notes. 78 Lektionen, Erkenntnisse und Denkanstöße, die dein Leben zum Wunschkonzert machen. So ist der Untertitel. Das ist kein Marketing oder leeres Blabla, sondern die Dinge, die da drinnen stehen, die kommen erstens einmal von Herzen, sind 100% aus der Praxis. Und das ist im Grunde ein Trainingsbuch, um den Muskel, den du da oben hast, den Mindset-Muskel, noch stärker zu machen. Und wenn du das möchtest, bist du mit dem Buch auf alle Fälle richtig unterwegs. Und wenn dir das gefallen hat heute, teile diese Folge mit den Liebsten deines Vertrauens. Lass uns ein Like da, lass uns ein Abo da oder lass uns natürlich auch eine feine Podcast-Bewertung da. Sharing is caring. Ich freue mich über dein Dankeschön in dieser Form und hoffe, dass was richtig Feines für dich dabei war. In diesem Sinne, bis bald und feinste Grüße aus dem Rockstudio.